Hallo. Moin. Hallo. Oh, moin. Da hab ich den Staubsauger angeschmissen. Wo haben wir hin? Wo sind wir jetzt? Stift hier. Guter Call. Und, wie geht's euch? Ganz gut hier. Ja. So weit, so gut. Müsst ihr nicht arbeiten oder was? Ja, wahrscheinlich. Regen. Regen? Ja, ich bin Landschaftsgärtner. Deshalb Regen. Und hab ich deshalb frei. Wie, wenn's regnet, musst du nicht arbeiten? Nee. Ich kann ja schlecht arbeiten draußen. Es regnet, oder? Einfach eine Regenjacke anziehen. Du? Ich arbeite gerade. Okay. Hört sich ein bisschen an die Monte. Bisschen. Ja, doch. Das ist echt. Ich will kurz gucken. Ich hab eben noch gesehen, du bist live. Ja. Let's go. Also geh ich recht davon, äh, also machst du jeden Abend ein kleines Dua, dass es regnet, oder was? Auf jeden Fall. Kommst du gerade, oder was? Ja, Mann. Hört sich auch so an, ja. Der Loot ist ja hier richtig scheiße, oder? Geht. Ja. Aber warum kannst du denn nicht, äh, Dings, warum kannst du denn nicht arbeiten, wenn's regnet? Ich mein, ein bisschen Erde umbuddeln geht ja auch bei Regen, oder? Es geht ja nicht immer um Erde, Digge. Warum dann? Um den Garten halt, äh. Däume schneiden. Das kannst du nicht überlegen. Ja, ist schwierig. Also, äh, also, ich muss noch mal was fragen. Wenn du, äh, im Garten bist, und am Bullen gerade, und dann schlägt's an zu regnen, dann sagst du, yo, das war's, ich mach Feierabend. Das hab ich nicht zu entscheiden. Bist du ein anderer Chef? Ahja. Bist du da in der Ausbildung gerade, oder bist du schon Vollzeit, also, in Vollzeit im Sinne von ausgelernt? Ich bin auch in der Ausbildung. Bei dem Gegner? Stimmt. Wo ist der Enderwechsel? Wo ist der? Ist das bei dir, oder was? Wollen wir mal in die Sonarino gehen? Ja. Woher kommst du denn, äh, wo es regnet? Ich komm aus... Schweiz. Aus der Schweiz? Genau. Aber welche Ecke Schweiz kommst du denn? Ähm, ist schwierig. Ah, kenn ich. Genau. Es ist sehr, sehr schwierig. Vertrau mir. Hm. Soll ich einfach in den Gegner reinfahren, oder? Ja. Ein Gegner in den Downs? Hinter uns, hinter uns. Das war doch. Das war doch nicht Dylan. Es ist ein Bot. Das ist ein Bot. Ja, kein Benzin mehr, muss ich nochmal tanken. Oh ne, Gegner. Warte, ich kann runter, ich kann runter, alles gut. Penta ist auch noch. Ja, ist ein bisschen doof jetzt, ne? Nice. Pass auf, pass auf. Oha! Alter, ist direkt raus hier. Ah! Geh, aus, geh, aus. Was steht, Perk? Nice, was ist unten? Raus. Down. Ja. Schau, der kommt da, dann vielleicht nicht. Was ist hier? Der kommt. Okay, genau. Ja, nur live. Fit. Nice. Hey, kommt hier. Was ist mit dem LKW da los? Sind wir noch welche? Nee. Oh, der LKW macht aber einen komischen Freestyle. Da vorne liegt noch Loot. Da sind auch noch Gegner, da sind Gegner oben. Busch, Busch, Busch. Da ist aber noch einer, glaube ich. Ne, doch nicht, also ich sehe keinen mehr. Vor uns. Ja, ganz oben auf dem Schiff sind Overture. Pass auf. Auf dem Schiff. Ja, unten sind auch noch welche, ne? Man, diese Waffe ist so komisch, ey. Ja, auf Kontrolle ist sie nicht so geil. Am Anfang war die cool, muss ich ehrlich sagen. Das war oben am Berg, war nicht eben noch welche. Fliegen. Ja, ich glaube, die fliegen. Sind die unten drin, oder was? Oh, die Reaktion. Da oben ist. Alle tot. Da oben. Da liegen auch noch Minis, falls man da drauf. Ja, da oben der Spot wäre ganz gut, ne? Highground und so. Ja. Wir werden bestimmt auf den Gründchen gehen. Da vorne ist ein Löschchen. Da sind welche? Ja, da. Ah ja. Das war ja der OP. Links am Stein. Schiffbrück. Und auf dem Haus. Kleines Bauen. Da sitzt schon welche drauf. Bei mir im Haus. Bei mir im Haus sind welche? Im Haus. Ja. Frau mehr. Down. Ah, nice. Richtig. Sehr gut. Sind oben schon welche, oder was? Ja, der ist ein Steil oben. Der ist dick am hinten. Hier ist ein Schild. Das wird dröscht. Ganz oben drauf, bei den Containern, oder wo? Der piek da. Ja, hier. Der piek da. 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 Nein. Der piek da. Der piek da. Der piek da. Der piek da. Die da. Der piek da. Der piek da. Der piek da. н yapt totes. Sind Leute welche? Na sie. Von dem restorigen. Von dem Instant. Gut. Ich lerne. War nie natürlich." Mir wäre Zeit jetzt mal추uk hin, oder was? Aber ich weiß nicht. ein bisschen jetzt wir könnten eventuell von hinten umgehen wir gehen einfach runter ja mit dem fisch genommen schildlich er kommt von ihm und das von ihr linke seite der ist so lächerlich ich wünsche auch noch viel spaß und auch wenn es nicht regnet trotzdem noch eine angenehme arbeit kein tag also ich hab mal kurz nebenbei in der schweiz ist heute gutes wetter bruder aber wo denn ja bruder du hast ja so ein Geheimnis draus gemacht also lasst uns gut hier jungs tschau 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 geregnet digga wahrscheinlich tschau